Wir erkennen sie eigentlich nur, wenn sie mit dem Wachtturm in der Hand am Bahnhof stehen oder vor unserer Haustür. Die Zeugen Jehovas. Aber was wollen die eigentlich und wer sind die? Wir haben unsere Reporterin bei einer Familie der Zeugen Jehovas einquartiert, um deren Alltag mal hautnah mitzuerleben. Unterwegs im Auftrag des Herrn, mit den Zeugen Jehovas fremde Menschen zu bekehren. War das gerade, haben sich über Fallen gefühlt? Ja, klar, logisch. Drei Tage bekommt unsere Reporterin Maike Einblick. Die perfekte Inszenierung einer sehr speziellen Glaubensgemeinschaft? Wie funktioniert das System der Zeugen Jehovas? Ich frage mich eigentlich, ob ich mich einlullen lasse oder ob ich einfach falsch lag. Kann Maike die heile Weltkulisse durchbrechen? Gibt es jemand von euch, der schon mal mit jemandem zusammen gewesen ist, der kein Zeuge Jehova war oder ist? Freitagfrüh. Maike zieht bei Familie Nikolai ein. Hallo, guten Morgen, Maike. Ja, hallo. Hallo, freut mich. Hallo, guten Morgen. Familie Nikolai. Das sind Vater Martin und Mama Joana und die beiden Töchter Jael und Elena. Alle Zeugen Jehovas. Der erste Eindruck. Nach apokalyptischer Sekte schaut es nicht gerade aus. Schön ist es bei euch. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt irgendwie. Cool. Es ist kein Zufall, dass Maike bei Familie Nikolai einquartiert ist. Die Familie wurde vom Pressesprecher der Zeugen Jehovas ausgesucht und der hat seinen Job gut gemacht. Eine Musterfamilie im Musterhaus. Maike macht so viel Harmonie stutzig. Auf mich wirkt es fast ein bisschen wie eine Kulisse. Zeit, hinter diese Kulisse zu schauen. Wie wird man eigentlich Zeuge Jehova? Meine Mutter war Zeuge Jehovas und dann bin ich halt in der Kindheit oder ab Beginn der Jugend damit in Verbindung gekommen. Ja, bei mir ähnlich war meine Mutter auch, die, als ich vier Jahre alt war, angefangen hat mit Zeugen Jehovas, also die Bibel zu betrachten. Und habe mich dann auch für den Glauben entschieden. Maike darf auch die Zimmer der beiden Töchter anschauen. Elena ist 15 Jahre alt, geht ganz normal zur Schule und ist Comic-Fan und zeichnet sogar ihre eigenen. Zeugen Jehovas und Manga, geht das? Es gibt ja sehr abgefahrene Comics, die lese ich dann auch gar nicht. Möchtest du sie nicht lesen oder sollst du sie nicht lesen? Nee, ich möchte sie auch nicht lesen. Nämlich das ist dann echt schon eklig, also das kann ich mir gar nicht angucken. Sich für den Glauben entscheiden, heißt bei den Zeugen Jehovas, sich taufen zu lassen. Ähnlich wie bei uns. Elena hat sich noch nicht entschieden. Sie gilt als noch ungetaufter Verkündiger. Tochter Jael steht kurz vor dem Abi. Sie hat sich schon mit 15 taufen lassen und ist eng mit der Glaubensgemeinde verbunden. Aber was, wenn es nicht so glatt läuft? Jetzt nehmen wir mal an, Elena würde sagen, Mama, Papa, tut mir leid, ich will das nicht. Wie wäre das für dich als Mutter? Ja, ich wäre ja traurig, weil ich glaube, sie würde ihr Leben besser führen, wenn es um biblische Grundsätze geht, viel Schmerzen erspart bleiben oder Enttäuschungen. Man wird natürlich das nicht einfach so oben hinnehmen, man wird halt reden, was sind die Gründe dafür oder was sie jetzt genau dazu bewegt oder so zu machen oder wie sie sich das vorstellt. Aber es wird bei uns keinen Streit deswegen geben. Aussteiger berichten da oft etwas anderes. Sie sprechen von Gemeinschaftsentzug und dem Bruch mit der Familie. Bei solchen Konsequenzen versuchen es gerade junge Menschen dann erst gar nicht. Erste Station. Das Betel, übersetzt Gottes Haus. Die Deutschlandzentrale der Zeugen Jehovas. Jeder ist hier offiziell willkommen. Frei bewegen darf man sich auf dem Gelände aber nicht. Conny ist Beteldienerin und leitet die Gruppenführung. Etwa 1000 Beteldiener leben hier wie in einem Kloster. Es wird zusammen gegessen, gearbeitet und natürlich gebetet. Gegründet wurde die Vereinigung der Zeugen Jehovas 1881 in Amerika von dem Pittsburgher-Kaufmann Charles Taze Russell, anfangs unter der Bezeichnung ernste Bibelforscher. Im Unterschied zum Christentum berufen sie sich auf ihre eigene Bibelübersetzung. Sie glauben an Jehova als einzigen Gott und Schöpfer und lehnen die Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist ab. Sie sind fest davon überzeugt, dass schon bald eine neue Weltordnung bevorsteht. Das Betel ist ein Mikrokosmos mit strengen Regeln. Missachtung bedeutet Ausschluss. Gearbeitet wird umsonst. Hast du dir das eigentlich ausgesucht, dein Job? Nee, das wird auch zugeteilt. Damit muss man auch rechnen, wenn man hier hin möchte. Also du kannst nicht sagen, Auto sauber machen, total gerne, Badezimmer putzen nicht so. Nee. Keine Chance. Bist du denn glücklich damit? Dass du die Zimmer machst? Doch, ich mach's gern. Echt? Ja, doch wirklich. Also ich hatte davor einen Bürojob, aber das macht mir auch Spaß. Einen Großteil seiner Zeit für die Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen, das ist für die Betel-Diener eine Selbstverständlichkeit. Dafür gibt es Kost und Logis umsonst. Das Herzstück des Betels, die Druckerei. Hier werden die Zeitschriften der Wachturm und Erwachet produziert. Weltweit hat die Gemeinschaft nach eigenen Angaben fast 8 Millionen Anhänger. In Deutschland sind es rund 200.000. Tendenz stabil. Die Inhalte der Zeitschriften sind auf der ganzen Welt gleich, nur die Sprache wird angepasst. Die Zeitschriften gelten als Leitfaden im Bibelstudium eines jeden Zeugen Jehovas und dienen vor allem als Sprachrohr der Weltzentrale in Brooklyn, New York. Der Wachturm erscheint halbmonatlich mit 45 Millionen Exemplaren in 213 Sprachen und ist somit die auflagenstärkste Zeitschrift der Welt. Finanziert allein durch Spenden der Mitglieder. Wird also alles durch Spenden finanziert. Gibt jeder Zeuge Jehova etwas von seinem Erwerb ab? Ja. Also Spende ist nicht festgelegt. Also jeder gibt das, was er geben will. Und für seinen Gott gibt natürlich jeder auch gern ein bisschen mehr. Aber im Vergleich zur Kirchensteuer ist diese Spende freiwillig. Abertausende fromme Bibelsprüche. Wer soll das eigentlich alles lesen? Bei Familie Nikolai steht genau das auf dem Programm. Diesmal ohne Elena. Die liegt krank im Bett. Dafür mit Larissa, einer Freundin von Jael. Auch sie, natürlich, eine Zeugin Jehovas. Ich mache echt alles auf den letzten Drücker. Ich weiß, ich müsste das jetzt eigentlich machen. Aber dann denke ich, ach komm, mach es nachher. Oder ich schaue ja erst noch die Sendung fertig. Was ist das für eine Seite? Das ist eine Seite von Zeugen Jehovas, die sich nur damit beschäftigt, wie die Bibel einem täglichen Leben helfen kann und die auch biblische Fragen beantwortet. Schaut ihr euch sowas oft an? Naja, also eigentlich ist es ganz cool, weil, also da kommen ja jede Woche auch immer, also es wird immer aktualisiert und die sind auch ziemlich aktuell. Besonders jetzt, also jetzt für mein Alter und so. Also zum Beispiel das ist eigentlich perfekt. Also gut, der ist es für es. Also ich finde es eigentlich immer ganz cool, ja. Ich frage mich gerade, was ich in dem Alter gemacht habe. Die Zeugen Jehovas haben seit 2006 den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts und sind damit anderen Kirchen gleichgestellt, werden also nicht beobachtet. Von Religionswissenschaftlern werden sie dem christlichen Fundamentalismus zugeordnet. So glauben sie zum Beispiel fest an den Weltuntergang. Weltuntergang ist ein Begriff, der von Zeugen Jehovas nie gebraucht wird. Also Barmagedon, das ist ein Begriff, ein biblischer Begriff, dass Gott hier dem Leiden der Menschen auf der Erde irgendwie ein Ende machen wird durch sein Eingreifen. Also nicht das Ende der Welt, sondern die Bibel beschreibt das Ende vom Bösem eigentlich, was auf der Erde herrscht. Dass er dafür sorgen wird, dass wieder Gerechtigkeit und Frieden auf der Erde herrscht. 1975 hätte so ein Jahr sein sollen. Mittlerweile hält man sich mit konkreten Vorhersagen zurück. Die erste Nacht, die ich bei Familie Nikolai verbringen werde und der erste Tag mit ihm war überraschend. Es ist eine sehr moderne, herzliche und aufgeschlossene Familie. Ich habe jetzt noch den Wachttur mitbekommen und die Bibel von Papa Nikolai. Und ich frage mich eigentlich, ob ich mich einlullen lasse oder ob ich einfach falsch lag. Morgen geht es ans Missionieren. Ich bin sehr gespannt, wie andere Leute das sehen. Samstagmorgen. Es ist Missionierungstag. Man kennt die Zeugen Jehovas eigentlich, wie sie am Bahnhof stehen und stumm ihre Zeitschriften anpreisen. Das wird aber kaum noch gemacht. Nur noch von älteren Mitgliedern oder von ausländischen Mitbürgern, deren Deutsch zum Missionieren nicht gut genug ist. Der moderne Zeuge Jehovas geht von Tür zu Tür. Ganz ehrlich, ich komme mir ein bisschen vor wie in einer Drückerkolonne. Guten Morgen. Hallo. Peter ist unser Name. Wir sind hier unterwegs. Wir sprechen alle unsere Nachbarn hier heute Morgen einfach mal an. Es ist Samstagmorgen. Wir wissen, die Zeit ist knapp. Es geht um die Frage, einfach kurz, bei all dem Leid und den Problemen, die man in der Welt sieht, glauben Sie, Gott interessiert sich noch für uns? Das ist eine gute Frage. Also ich habe es nicht so mit dem Glauben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe auch nicht in die Kirche. Das kann sich ja noch ändern. Nach einem passenden Bibelfers wird noch der Wachturm dagelassen. Und auf ein weiteres Gespräch in naher Zukunft verwiesen, bei dem man sich ja mal über den Inhalt der Zeitschrift unterhalten könne. Danke ebenfalls. Bis dann. Tschüss. War das gerade, haben Sie sich über Fallen gefühlt? Ja, klar, logisch. Also es kommt mir jetzt nicht von der Handweise, wer da jetzt in etwa kommt, dass es in die Richtung geht. Und ich bloggte eigentlich nochmal direkt ab. Wie war das für euch, mit dem Mann zu reden? Sehr gut. Sehr gut. Er war freundlich, er war aufgeräumt, er war ehrlich. Das war super. Ab jetzt wird Maike zusammen mit Jael und Claudius an die Türen gehen. Und gleich die erste geht auf. Zeit für einen Bibelfers aus Johannes 3,16. Viel Zeit hat die ältere Dame nicht, aber ein Infofaltblatt nimmt sie mit. Die Kombination junges Team und ältere Leute funktioniert. Zumindest kommt man ins Gespräch. Besteht ein Funke Interesse, beziehungsweise wird man nicht gleich weggeschickt, kommen die Zeugen Jehovas nach ein paar Wochen wieder. Dann bieten sie einen kostenlosen und unverbindlichen Bibelkurs an. Macht ihr zusammen eigentlich auch was anderes als missionieren? Ja, natürlich. Wir gehen ja nicht 24 Stunden am Tag in Dienst, aber wir verbringen einfach auch so gern Zeit. Und das Coole ist einfach, es macht so viel von unserem Leben aus, dass es auch 80 Prozent unserer Gesprächsthemen sind eigentlich. Und deswegen sucht man sich automatisch Freunde, die mehr eben auch den Glauben teilen. Das erlebt Maike dann auch gleich am Abend auf Jaels Pizza-Party. Wieder nur Zeugen Jehovas, wieder unter Aufsicht der Eltern. Kindern und Jugendlichen wird geraten, den Kontakt mit älteren Zeugen Jehovas zu suchen, um von diesen zu lernen, die christliche Persönlichkeit zu verbessern. Gelegenheit, ein paar Vorurteile abzufragen. Weihnachten, Geburtstag, die ganzen Feiertage. Warum feiert ihr das nicht? Hat Jesus seinen Geburtstag gefeiert? Nein, hat er nicht. Von den Aposteln hat das auch keiner gefeiert. Was ich euch noch überhaupt nicht gefragt habe, gibt es irgendwas an Musik, wo du sagst, okay, das ist halt nicht so angebracht, wenn man Zeuge Jehova ist? Ja gut, es gibt Künstler, die haben sich selbst bekannt. Zum Beispiel, das Beispiel ist Beyoncé. Die hat selbst gesagt, wenn sie auf die Bühne geht, ist sie Sascha Fields. Und dass sie in dem Moment, sag ich mal, nicht sich selbst ist, sondern ein Dämon fährt in sie ein. Auch Sex ist bei den Zeugen ein heikles Thema. Vor der Ehe ein absolutes Tabu. Aber was ist eigentlich mit Liebe und Partnerschaft? Ist jemand von euch in der Beziehung? Ja? Zeugen Jehova? Nee, ich habe bis jetzt noch nicht so wirklich... Ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, der mich so sehr interessiert hat. So einfach ist es. Gibt es jemand von euch, der schon mal mit jemandem zusammen gewesen ist, der kein Zeuge Jehova war? Oder ist? Das ist eindeutig. Was ist dir wichtiger, der Glaube oder Liebe? Ich würde aufpassen, dass ich gar nicht erst in so eine Situation komme. So wird schön Konflikten aus dem Weg gegangen. Irgendwie immer alles glatt. Tatsächlich wird von Eheschließungen mit Personen, die keine Zeugen Jehovas sind, ausdrücklich abgeraten. Ich schlafe gut. Ich glaube, die Leute, die Familie ist sehr glücklich. Ich frage mich heute immer, was passiert, wenn jemand nicht mehr dabei sein will. Und ich habe das Gefühl, dass ich auf diese Frage auch keine Antwort mehr bekomme. Sonntagmorgen. Es geht zur wöchentlichen Zusammenkunft im Königsreichsaal. Ähnlich wie in den meisten Religionen wird hier gesungen, gebetet und gepredigt. Hier darf aber jeder predigen, wenn er will. Im Mittelpunkt die gemeinsame Bibelbetrachtung. Weltweit laufen die immer identisch und mit den gleichen Inhalten ab. Die daheimgepaukten Bibelauslegungen aus dem Wachturm werden immer wieder besprochen, bis es auch wirklich jeder versteht. Ein bisschen wie Vokabeln lernen mit Kindern. Das Brot beim Abendmahl symbolisiert somit den Leib, den Jesus für unsere Sünden opferte. Was stellt beim Abendmahl das Brot dar? Es hat eigentlich keine Bedeutung. Man muss es brechen, um es zu essen. Genau. Einfache Situation. So geht das dann eine geschlagene Stunde lang. Aus Meike wird wohl keine Zeugin Jehovas. Ob es für sie nach dem Hamageddon trotzdem noch eine Chance gibt? Angenommen, ich sage Ihnen auch, ich glaube nicht an die Auferstehung Jesu. Was ist, wenn ich auf dem Nachhauseweg sterbe? Das entscheidet der Schöpfer, Jehova Gott. Und wenn er sie für würdig hält, auferweckt zu werden und ewig zu leben, dann wird er das tun. Der Abschied von Familie Nikolai ist gekommen. Ja, also auch jetzt so nach zwei Tagen im Königreichssaal habe ich den Eindruck, da steht einer, der sagt was und alle sagen Ja und Amen und richtig und genauso. Und die Leute, die ich hier in diesem Haus kennengelernt habe, die Familie und die Freunde auch der Familie, haben irgendwie nichts mit denen zu tun, die da auf einmal im Königreichssaal sitzen und alle so in den Kopf senken. Und wie die Herdentiere in eine Richtung laufen. Und ich kann diese Welten irgendwie nicht zusammenbringen. Auch nach mehreren intensiven Tagen in der Familie bleibt Maike die Welt der Zeugen Jehovas fremd. Auf ProSieben. Bis dann.